Julio, herzlichen Glückwunsch zum Spiel. War ein enges Match. Erzähl kurz aus deiner Sicht, wie hast du es erlebt und der letzte Satz, wo auch schon Matchball Amerika war. Gute Abwehr und Jonas hat entsprechend auch weitergespielt. Erzähl kurz Fazit. Ja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr ähnliche Kiste auch am Ende. Ich glaube, was wir immer wieder zeigen haben, ist, dass wir mal an uns glauben, egal wie es steht. Und dann kann es halt auch mal Matchball gegen uns sein oder fünf Minuten. Ich glaube, das macht uns auf, dass wir mal an uns glauben und dass dann eben auch bei 14.13 oder 14.24 auch immer das durchstammt. Okay, gut. Dann jetzt gute Erholung und morgen dann zum nächsten Spiel viel Erfolg bei dir. Danke dir. Ciao.